Ahoy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemeinschaft und damit willkommen zurück zur Monterinsel mit Flo. Was machst du? Yeah, wir sind wieder da und wir sind wieder gelandet. Kann man eigentlich, das ist ja jedes Mal so. Wir stürzen immer ab, unser Benzin ist irgendwie immer alle, keine Ahnung wieso. Wir müssen auf Diesel umsteigen. Wir müssen auf Diesel umsteigen, Elektrosprit machen. Warte, Elektrosprit, gibt sowas überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Freunde, auf jeden Fall sind wir heute hier auf der Monterinsel und werden heute Nacht angegriffen. Und zwar von Killern angeblich. Und wir müssen uns eine Base machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Nicht wahr? Nimm dir mal ein bisschen was zu snacken mit. Meine Base ist fertig. Deine was? Oh, die ist ja richtig cool. So eine will ich auch bauen. Lass mal eine Sandburg Base machen irgendwann. Ey, schau mal. Weil wir eine Strandfolge haben oder so. Hä, das sieht richtig cool aus. Kannst du dich, vielleicht können wir uns irgendwann mal klein machen, wo du in so einer Sandburg wohnen. Kann man die einfach. Oh, ich habe es bekommen. Cool. Dankeschön, Flo. Ich habe die Base dabei. Die können wir dann aufbauen. Oh, und Isis. Warte, was? Isis, käsige Schuhe sind grün. Und Flo's saftige Schuhe sind heute rosa. Du hast heute die rosa Schuhe. Bitteschön. Echt? Ja, musst du anziehen. Die liegen da. Du kannst nicht ohne Schuhe gehen. Das darf man nicht. Okay, cool. Let's go. So, hier wachsen ist Melonen in unserem Luftraum. Du hast Melonen bei uns angeplant. Okay, gut. Von mir aus, alles klar. Da hinten sehe ich gerade schon irgendwas durch die Bäume. Warte, ich habe ein Boot. Ach, du auch. Von wem hin? Hier hin. Hier, siehst du doch. Da oben ist was in den Bäumen drin. Da. Wo bist du? Hallo, kommen Sie mit, Sir. Ich brauche mein Boot. Ich habe dir deine Base hier hingestellt. Versuchst du dein Boot da wirklich mit dem Hammer abzubauen oder was? Was ist das hier? Hier ist irgendein Gebäude. Das ist deine Base. Ach, und hier haben die Holz gefällt scheinbar ganz viel. Hier sind ganz viele Ängste. Das ist ein Türenladen. Was ist das? Lol. Das ist ein Türenladen? Ja, keine Ahnung. Die verkaufen hier halt ernsthaft Türen. Oh mein Gott. Ja, oder die craften die wahrscheinlich. Die stellen die her hier. Und hier ist Feuer. Das aber aus ist. Was ist hier drin? Holz. Ich mache ein Türenhaus. Er steht fest. Hello. Was können wir? Ja, ich glaube ein Türenhaus wäre sogar eine coole Idee. Weißt du, was richtig cool wäre? So eine Untergrundtür. Vielleicht können wir ja aus Falltüren oder sowas. Guck mal hier. Ja? Was denn? Rüstung. Yes. Holzfäller. Was? Holzfäller? Schuhe? Das sind doch keine Holzfäller-Schuhe. Ich sehe doch jetzt nicht aus wie ein Holzfäller. Ja, also wir sind jetzt die Holzfäller. Sieht überhaupt nicht aus wie Holzfäller-Sachen. Lass doch nicht die pinken Schuhe hier. Die nehme ich mit. Okay, cool. Alles klar. Wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall mal Türen mit. Ich habe schon Türen. Damit können wir vielleicht richtig coole Fallen bauen. Ja, aber ich habe meine Base eigentlich schon. Also das passt eigentlich schon. Ja, du hast deine Base ja schon. Ja, absolut. Klar. Du brauchst ja gar nichts mehr machen. Ziehst du einfach eine in deine kleine Sandkiste da. Ich nehme aber trotzdem was mit, weil ich brauche eine eigene Base. Okay, wo bauen wir? Oh, hier ist Equipment. Das und das und das. Karotten auf jeden Fall, falls wir irgendwie ein Schwein treffen oder so und das mitnehmen wollen. Was ist das hier? Ein Bunker. Ich glaube echt. Lol. Hä? Tschüss. Das ist eine Untergrundtür. Hä? Mega. Lass, lass doch da drin einfach bauen. Was hältst du davon? Lass doch da jetzt so eine coole Türenbase unten reinbauen. Ja, genau. So in etwa. Warte, ich habe sogar eine Schaufel für dich. Bitteschön. Hier. Oh, ich habe eine hierher Schaufel. Ja, wir machen so ein Untergrundtür ein Labyrinth. Das wird richtig cool. Alright. Flo hat schon eine richtig krasse Rüstung an. Was ist los, Flo? Äh, Lass. Au. Ich kann dich nicht mal... Warte mal. Du nimmst nicht mal Knockback, wenn ich dich schlage. Ja, das ist auch richtig so. Hä? Das liegt an der Rüstung, oder? Warte. Oh, Dankeschön. Alles klar. Ähm. Es sieht so aus, als würde die Sonne untergehen. Dankeschön. Jetzt habe ich... Okay. Soll ich dir meine Base zeigen? Ja. Let's go. Lass die Base angucken. Okay. Leute, wir haben hier eine richtig coole Untergrundbase gebaut. Durch diese Untergrundtür. Wo hast du hier gebaut? Äh. Pff. Hörer, nein. War erstmals Fakewater rein. Ja, nein. Ich fahre in unsere eigene Base. Weiß ich nicht. Falls die Monster hier reinkommen, die uns angreifen. Ja. Die können wir... Weil wir wissen ja, wo die Fallen sind. Bitte nicht aufmachen, die Lava-Dinger hier. Die gehören eigentlich... Das soll so eine Fake-Falle sein. Und dann gehen die hier nämlich in dieses böse... Hier ist der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Okay, geht's nach oben. Aber es wird schon dunkel. Hä? So? Ach, da. Warte. Wo muss ich jetzt lang gehen? Hier ist der Ausgang. Diese ganzen Türen verwühren mich ungemein. Wo ist der Ausgang? Hier? Ah, hier geht's hoch. Warst du schon überall? Ähm, nein. Ich war noch nicht überall. Lass mal alles angucken. Oh, hier ist Lava. Ich geb dir nach. Hier ist Lava. Warte, ist es jetzt Fake-Lava oder ist es echte Lava? Das nehmen kein Damage, aber ich hab gute Rüstung. Warte, ist es jetzt echte Lava? Hä, warum hab ich denn Schabnis auf meiner Hose? Okay, ich zieh mir mal die Sachen an. Du hast Schabnis auf deiner Hose? Ja. Nein, ich glaub, das ist Fake-Lava. Das ist Fake-Lava. Ja, ja. Okay, cool. Alles klar. Dann lass mal weiter. Ähm, was haben wir hier noch Interessantes? Hier geht's wieder raus. Hier ist noch so ein kleiner Ausgang. Ja, wo bist du? Komm hier hin? Keine Ahnung. Oh, du hast die Sandbe... Lol, wieso guckt da ein Schwein durch die Wand? Guck mal, hier ist ein Schwein an unserer Base. Hallo. Soll ich dir das Secret zeigen? Was machst du da? Kannst du dich treffen. Ja, zeig her, zeig her. Secret. Okay, warte. Ja. Hä, lol. Was? Das ist unser geheimer Punktgang mit unserem geheimen Freund. Oh, das ist ja voll schön. Was ist das? Die glitzern so schön. Vor allem der rosa, ne? Mega cool. Und ein kleiner Geist. Oh, wie süß. Ja, cool. Den müssen wir uns schützen. Nein, da war ich noch nicht. War noch nirgends. Was ist hier? Lol. Hier sind Schweine. Ach, lol. Hier sind Fake-Blöcke. Das hab ich aber nicht gebaut. Hast du das gebaut? Das hab ich nicht gesehen. Ne, vielleicht waren die hier. Vielleicht waren die irgendwie unter... Alles klar. Ja, cool. Oh, ich glaub, ich hab was sehen, wie hier Dings gebaut. Ich guck mal hoch, ja? Ich guck mal, wie es aussieht. Ob wir... Uah! Das ist ein Killer. Mach die Tür zu. Komm die rein. Warte, komm hier, wir müssen in unseren Bunker. Komm mit. Äh, ja, ich bin da. Hier, warte einfach. Okay, ich... Äh, wo lang? Hier. Okay. Ha! Woah, lol. Die Disco. Die Disco! Warte, warte, ist das hier? Ist das die Mikro so hoch? Hier musst du lang, hier musst du lang. Da geht's in den Bunker. Das heißt, da kommt ein Mikrofon. Hierdurch? Hä? Und jetzt? Ah! Flo, Mann! Hast du die für mich gebaut? Oh, ups, jetzt hab ich den Moment. Ja, wenn eine Killerin hier reinkommt. Wenn eine Killerin... Ja, und wie komm ich jetzt wieder hoch? Äh, ja, ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Ich bin keine Killerin. Bitte lassen Sie mich... Was war das denn? Das war ich nicht. Hä? Hier. Geh mir die Tür hoch. Nee, guck mal. Stell dich rein und mach die Tür einfach auf. Dann kannst du hoch. Okay, ich bin... Ist ja... Keine Ahnung. Okay. Ähm. Ich höre nur, dass sie irgendwie... Du hörst doch das da. Das ist die Tee. Meinst du die Killer? Oh mein Gott! Ah! Nein, die Killer sind die Tee. Die sind voll riesig. Ich hab keine Pfeile. Oh nein. Ah, warte. Erstmal 80 Tricks. Flo, hast du Pfeile übrig? Ich hab keine Pfeile. Ja, ja, ja. Ich hab's gedroppt. Hast du... Wo hast du sie gedroppt? Ja. Hier ist... Danke für diese Beschreibung. Sehr akkurat von dir. Ah! Da hinten. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Oh nein. Warte, ich geh... Ich geh zurück in die Base. Wir locken die in die Falle, okay? Das ist die Schweine. Ich lock die in die Falle. Müsste hier nicht irgendwo ein Eingang sein? Ah! Okay. Hilfe. Ich entkomme ihn. Einfach hier rein. Für den Boot? Okay, warte. Wo können wir hier rein? Ich komme hier rein. Hier ist einer. Ja, das ist doch perfekt. Ne, das Killer. Zack. Ja. Nice. Stirb. Sag mal, wieso lebt der so lange? Wie könnten die... Lol, einer ist in dem Boot. Einer ist in dem Boot? Hier ist echt einer. Hier ist echt einer im Boot. Oh mein Gott. Hier ist echt einer im Boot. Ich will den 10... Flo, hilf mir. Wir müssen die Killer töten. Da sind zwei im Boot. Oh mein Gott, wie das aussieht. Hilfe. Ich mach die. Oh nein. Ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir werfen sie gleich. Ja, wir sind richtig stark. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir sind die Fallen. Vielleicht können wir die beiden aus dem Boot in eine Falle locken. Das stimmt eigentlich. Können wir das Boot irgendwie steuern oder sowas? Ja, mit Wasser. Oder mit Wasser. Hast du ein Wassereimer? Oh Gott, hier reifen mich an. Hast du ein Wassereimer? Okay. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Warte, ich komm hoch. Gib mir mal ein Wassereimer. Ah, die greifen mich an, Flo. Die Killer, die sitzen im Boot fest. Und sind aggressiv. Okay. Okay, ähm, warte mal. Können die mal damit aufhören, bitte? Wo kann ich das hin platzieren? Hier? Kann man die angreifen? Vielleicht ersticken sie jetzt. Ich hab das was einfach in die Luft gepläst. Hä? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. So, jetzt kommt mal hier, meine Schweine. Wir machen jetzt hier einen kleinen Ausflug. Ja, wir, äh, wir. Ja, okay, warte. Gern mal die Tür abbauen. Ich hab eine Idee. Easy, du musst aber abbauen hier. Ich, äh. Wieso willst du denn da nicht hochgehen, du dicke Sau? Wo ist dein Problem? Äh, 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 nicht gegen das Schwein. Doch, jetzt, jetzt ist es gelaufen. Okay, Flo, äh, du machst die Kinder schon alleine. Ich, äh, unsere Base ist eh kaputt. Ich geh jetzt nach Hause, ja? Ich hab eine Idee, warte mal. Ja, was hast du für eine Idee? Töt den Vorderen. Den Vorderen. Okay. Ist tot. Und jetzt? Nein, er hat meinen Platz weggenommen. Egal, fahr jetzt mit mit dem. Viel Spaß. Okay, gut. Äh, Leute, das Schwein und ich sind jetzt unterwegs. Äh, wir gehen dann nach Hause. Oder fliegen wir den Ballon weg. Oder was weiß ich, Flo. Äh, willst du mit aufs Schwein? Nö, ich brauch keinen Schwamm. Okay, Leute. Das war's mit unserer heutigen Folge hier von Minecraft. Wenn's euch gefallen hat, like da lassen. Oh, ein Killer lebt noch da hinten. Ist auch egal. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dann, euch allen einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta. Danke, Flo. Zum Glück brennt das Schwein nicht. Zum Glück.